Zum siebten Mal hieß es in diesem Jahr für zwei Tage 1.000 Wikinger und mehr in Harnesiel und Wirtmund. Harnesiel. Hunderte waren gekommen, um zu feiern, Bikes zu bestaunen, Benzingespräche zu führen und gemeinsam Ostfriesand auf dem Motorrad zu erkunden. Der Motorradgottesdienst in Wittmund vor einer zweiten Tour durch das Harlingerland. Familienfest mit buntem Programm, Autotag und verkaufsoffener Sonntag schlossen sich ab. Untertitelung des ZDF, 2020